Der Maori-Kriegesgott Tumatuenga steht für die brutale Kraft des Krieges und die Lebendigkeit des Alltagslebens. Er ist der Sohn des Himmelsvaters Ranginui und der Erdmutter Papatuanuku. Als Kind von Ranginui und Papatuanuku hat er Züge von beiden geerbt, die seine starke Verbundenheit mit den Elementkräften der Natur offenbaren. Dies machte den Gott zu einem wilden Beschützer und Hüter der natürlichen Welt. Tumatuenga wird als gnadenloser und brutaler Krieger im Kampf dargestellt, aber auch als großer, mutiger und strategischer Anführer. Seine Darstellung als Kriegesgott spiegelt die Werte und die Kultur der Maori wieder, die den Schwerpunkt auf Stärke und Geschicklichkeit im Kampf sowie auf Respekt und Ehre gegenüber dem Gegner legen. Tumatuenga verkörpert auch Widerstandsfähigkeit und die Fähigkeit, Hindernisse zu überwinden und ist ein Vorbild für die Maori-Krieger in ihrem Streben nach einem Gleichgewicht zwischen Körper, Geist und Gefühl. Eine der interessantesten Geschichten um Tumatuenga ist seine Rolle bei der Trennung seiner Eltern. Himmel und Erde waren ursprünglich in einer ewigen Umarmung verbunden und hielten ihre Kinder in der Dunkelheit gefangen. Da er und seine Brüder entschlossen waren, Licht in die Welt zu bringen, machte sich Tumatuenga an die monumentale Aufgabe, seine Eltern zu entzweien. Mit seiner Kraft und Entschlossenheit hatte Tumatuenga einen entscheidenden Anteil an diesem Ereignis. Die Trennung von Ranginui und Papa Tuanuku ist ein Schlüsselmoment in der Kosmogonie der Maori und symbolisiert die Schaffung von vitalem Raum für Leben und Wachstum. Eine solche Handlung von Tumatuenga spiegelt seine Macht und Bedeutung innerhalb des Pantheons der Maori wieder. Der Gott der Wind und Stürme, Tuarem Thea, Bruder der Kriegesgottheit, beklagte den Schmerz, den sein Bruder über seine Eltern gebracht hatte. Wütend erhob er sich in den Himmel, um seine stürmerischen Wolkenheere zu sammeln. Er schwor Rache und war entschlossen, diejenigen zu bestrafen, die seine Eltern getrennt hatten. Tumatuenga war der Erste, der den Zorn zu spüren bekam. Die Stürme tobten, die Winde heulten und die Meereswellen erhoben sich in einem gewaltigen Tumult und jedes Element der Natur verbündete sich mit Tuarem Theas Wut. Doch Tumatuenga, der in seiner Entschlossenheit nicht erschüttert wurde, trotzte in dem Sturm. Der Kampf zwischen den beiden war episch, ein Wettstreit nicht nur der Kräfte, sondern auch des Willens. Die Blitze erleuchteten den Himmel und der Donner dröhnte wie Kriegestrommeln. Mit jedem Stoß eines Speers kämpfte Tumatuenga gegen die beißenden Winde und die sinnflutartigen Regen. Trotz der zerstörerischen Kraft von Tamin Trea blieb Tumatuenga schließlich standhaft. Der Streit endete nicht mit der Unterwerfung des einen durch den anderen, sondern mit der Einsicht in die Bedeutung des Gleichgewichts zwischen den Kräften der Natur. Die Erzählungen von Tumatuenga sind zu wichtigen Lehren und Werten in der Maori-Gesellschaft geworden. Lektionen über Mut, Respekt, Verantwortung und das Gleichgewicht zwischen Stärke und Weisheit werden durch seine Erzählungen an jüngere Generationen weitergegeben. Tumatuenga lehrt, wie wichtig es ist, Widrigkeiten mit Entschlossenheit und Ehre zu begegnen und betont die Werte wie Tapferkeit und Führung. Seine Geschichten sind eine Quelle der Inspiration und moralischen Anleitung für die Maori-Gemeinschaft. Tumatuenga hat einen hohen Stellenwert in der Kunst und Kultur der Maori. Er wird häufig in Skulpturen, Tätowierungen und anderen traditionellen Kunstformen dargestellt, die jeweils verschiedene Facetten seiner Persönlichkeit und Geschichten widerspiegeln. Maori-Tätowierungen können zum Beispiel Muster verwenden, die mit Tumatuenga assoziiert werden, um Schutz, Stärke und Mut zu illustrieren. Tumatuenga spiegelt auch in den religiösen Praktiken und Ritualen der Maori eine wichtige Rolle. Die ihm gewidmeten Riten und Zeremonien beinhalten häufig Opfergaben und Anrufungen, in denen um seinen Schutz und seine Führung gebeten wird. Während eines Konflikts baten die Maori-Krieger Tumatuenga um seinen Segen für Stärke und Sieg im Kampf. Der Haka, ein traditioneller Maori-Tanz, ist ein kraftvoller Ausdruck der spirituellen Verbindung mit dem Kriegesgott. Er wird üblicherweise vor Kämpfen aufgeführt und dient als mächtige Beschwörung des Kriegergeistes, indem er die ungezähmte Energie und die Stärke von Tumatuenga nutzbar macht. Jede Haka-Geste, von den weit aufgerissenen Augen bis zum Stampfen der Füße, vermittelt eine kraftvolle Botschaft des Trotzes und der Bereitschaft zum Kampf. Das Klopfen mit der Brust, das wilde Gebrüll und die intensive Mimik sind nicht nur Ausdruck körperlicher Stärke, sondern auch Ausdruck von innerem Mut, Ausdauer und kollektiver Solidarität. Dieser Tanz drückt die inneren Werte aus, die mit dem Tumatuenga verbunden sind und verweist auf die Bedeutung von Mut, Zusammengehörigkeit und Bereitschaft, sich Herausforderungen zu stellen. Mit dem Haka zollen die Maori nicht nur dem Tumatuenga Tribut, sondern versuchen auch, sich seine Macht und Präsenz zu eigen zu machen. Sie verkörpern die Tapferkeit und Entschlossenheit des Gottes. Der Haka wird somit zu einem Akt der kollektiven Ermächtigung, bei dem sich die Einzelnen zu einer imposanten Front zusammenschließen und die Einheit und unzerbrechliche Stärke des Maori-Geistes zum Ausdruck bringen. Mit diesem kraftvollen kulturellen Ausdruck bekräftigen die Maori nicht nur ihr Erbe und ihre Identität, sondern rufen auch die Kraft und Weisheit ab, die sie brauchen, um sich jeder Herausforderung zu stellen, die vor ihnen liegt. Tumatuenga hat einen großen Einfluss auf die traditionellen Praktiken der Maori-Kriegsführung. Die Maori-Krieger strebten danach, seine Tugenden Stärke, Geschicklichkeit und List nachzueifern und vor Schlachten führten sie Rituale und Gebete zur Ehre des Gottes durch, um sich Schutz und Erfolg zu sichern. Die Maori-Kriege sind berühmt für ihre unverwechselbare Mischung aus körperlicher Stärke und geistiger Beweglichkeit, die sie sowohl auf dem Schlachtfeld als auch in den Friedensräten unter Beweis stellten. Sie beschützten das Land, die Traditionen und die Werte ihres Volkes. Mit ihren Gesichtern, die mit traditionellen Moko-Tätowierungen bedeckt waren, die von ihrem Leben, ihren Familien und ihren Eroberungen erzählten, waren diese Kriege aufgrund ihrer tiefen Verbundenheit mit dem Gott hochgeschätzte Persönlichkeiten. Neben seiner Rolle als Kriegsgott ist Tumatuenga auch untrennbar mit der Natur verbunden. Diese Verbundenheit unterstreicht die Notwendigkeit, für die Umwelt zu sorgen und sie zu respektieren. Ein Grundprinzip der Maori-Kultur. Seine Geschichten lehrten oft, wie wichtig es ist, ein Gleichgewicht mit der Natur zu finden und weisen auf die Notwendigkeit hin, in Harmonie mit der Welt um uns herum zu leben. Im Laufe der Zeit haben sich die Verehrung und die Bedeutung von Tumatuenga in der Maori-Kultur weiterentwickelt. Ursprünglich konzentrierte sich sein Kult auf Rituale und Opfergaben, hat sich aber an die sozialen und kulturellen Veränderungen der Maori angepasst. Heute wird er nicht nur als Kriegsgottheit verehrt, sondern auch als Symbol des Widerstands und der Beharrlichkeit angesichts von Widrigkeiten, was den stetigen Weg des Maori-Volkes zur Selbstbestimmung und zum Überleben ihrer Kultur widerspiegelt. Der Gott spielt auch eine wichtige Rolle in der Maori-Erziehung, wo seine Geschichten als Lehrmittel verwendet werden. Durch das Erzählen von Geschichten und die Veranschaulichung seiner Taten werden Kinder über Mut, Ethik und die Bedeutung der Erhaltung der Maori-Kultur und Traditionen unterrichtet. Dieser Erziehungsstil legt den Schwerpunkt auf geschichtenbasiertes Lernen und Erfahrungen, wobei Tumatuenga als Archetyp verwendet wird, um der Maori-Jugend grundlegende Werte und Prinzipien zu vermitteln. In der modernen Maori-Kultur ist Tumatuenga nach wie vor eine wichtige Figur. Sein Einfluss zeigt sich in der Art und Weise, wie die modernen Maori an Themen wie Krieg, Frieden und die Erhaltung der Kultur herangehen. Die Geschichten von Tumatuenga, die von Stärke und Ehre zeugen, inspirieren weiterhin und bieten Orientierung in schwierigen Zeiten. Im Laufe der Jahrhunderte hat sich die Figur des Tumatuenga weiterentwickelt, aber sein Geist und seine Lehren sind ein fester Bestandteil der Maori-Identität geblieben und stehen als großes Symbol für die Widerstandsfähigkeit der Maori-Kultur. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017